Das Polpferd Chalea, eine 16-jährige Stute, und das Stammerpferd, ein Miss Corita, eine 8-jährige Stute, beides Uraraza Espanol. Marie-Louise Reifer war an der letzten Schweizer Meisterschaftsziegerin bei den langen Leinen. Das ist dein Leinen. Der Leinen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das Resultat für Janik Scherer, 43,07. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.